Die digitale Revolution ist in vollem Gange und verändert unser Leben. Menschen, Märkte, Wirtschaft sind global vernetzt. Darin liegt eine elementare Herausforderung, auch für die Akteure aus der Steuerberaterbranche. Wollen wir als Außenstelle des Finanzamts gesehen werden? Oder wollen wir unseren Mandanten Mehrwert bieten? Was erwartet der Mandant von uns? Er erwartet permanente Datenzugriff. Und wir als Steuerberater, wir müssen das ihm bieten. Unser Außenauftritt muss auch die Mandanten von morgen ansprechen. Andere Branchen haben uns gezeigt, wie schnell sich die Märkte komplett verändern in Richtung Digitalisierung. Und wer diesen Trend für die Zukunft nicht erkennt, der setzt definitiv auf das falsche Pferd. Die reine Steuerdeklaration verliert immer mehr an Bedeutung. Wir als Steuerberater müssen doch weiterdenken und unsere Prozessabläufe ständig verbessern. Wir müssen jetzt handeln. Andere stehen in den Startlöchern. Was wir brauchen, ist ein Vordenker in Sachen Technologie, der flexibel agiert und alles aus einer Hand bietet. Die Zeiten, in denen wir uns in Buchhaltung verlieren und hinter Belegstapeln verstecken, sind vorbei. Wir müssen technologisch aufrüsten. Unsere Mandanten sind Unternehmer. Je besser wir mit ihnen vernetzt sind, umso effizienter werden wir. Und zwar auf beiden Seiten. Edison hat das verstanden. Wir brauchen neue Wege der Kommunikation. Innovative Lösungen sind gefragt. Es geht um eine neue Dimension der Zusammenarbeit. Technologien wie die Cloud schaffen das Fundament dafür, sie sind effizient und bieten maximalen Komfort. Die Edison Cloud ist testiert. Sie ist eine absolut sichere, zuverlässige technische Plattform. Dadurch gewinnen wir und unsere Mandanten mehr Zeit für andere Aufgaben. Aber vor allem auch für die Beratung. Zeit für die wichtigen Dinge gewinnen. Wieder zum kompetenten Berater seiner Mandanten werden. Die Steuerberater haben das Wissen, das Unternehmen heute benötigen, um in einer globalisierten, komplexen Welt bestehen und gewinnen zu können. Als echte Berater sind wir ein wichtiges Glied in der Wertschöpfungskette unserer Mandanten. Und dafür sind sie auch bereit zu bezahlen. Mit Edison steht uns eine technische Komplettlösung zur Verfügung. Alles aus einer Hand. Besser geht's nicht. Wir wollen, dass unsere Mandanten erfolgreich sind. Und wenn uns das gelingt, sind wir selbst erfolgreich. Wir wollen, dass unsere Mandanten in der Reihe, Vielen Dank.